Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlichen Kommen an diesem Mittwoch, dem 10. August 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1200 und ich glaube das sollte 30 heissen. Da hat der Autor, der mir die Shownotes tippt, eine Null vergessen. Genau, 1230. Die heutigen Themen sind Original, Podcast, Parallel, Desktops, Sonos, Amp, Sennheiser, Google Stadia, Lack, Netflix und One Password. Aber wie immer alles schön der Reihe nach. Mist Fortune, das ist ein neuer Apple Original Podcast. Begleitend zu der Serie auf Netflix, die aus neun Teilen besteht. Die ersten drei Teile kommen am kommenden Montag. Der Tag trifft sich ganz gut, weil Feiertag, zumindest bei uns im Kanton, und dann kann ich schon mal die ersten drei Episoden durchsuchten und dann jeden Montag. Ihr wisst, wie ich das hasse, aber wahrscheinlich schiebe ich es wieder auf, bis alles da ist. Auf jeden Fall für all diejenigen, die sich das anschauen möchten und oder sich mehr Informationen dazu beschaffen möchten. Da ging es ja um einen Raub oder eine, wie sagt man dem, die Wegnahme von Kunstgegenständen. Und dazu gibt es eben einen begleitenden Podcast von Apple selber, einen Apple Original Podcast, der auch am nächsten Montag starten wird. Begleitet wird der übrigens vom ehemaligen Podcaster vom, und jetzt ist es wieder verschwommen, Outside Podcast. Der Moderator ist Peter Frickwright und der wird euch durch die Geschichte leiten. Dann geht es weiter mit Parallels Desktop. Die Version 18 ist da. Wir haben schon wieder August und somit eine neue Version des Parallels Desktop, der Virtualisierungsmaschine von Windows auf dem Mac. Und was kann die neu? Ja, vor allem viel stabiler Macintosh, also vor allem die Apple Silicon Prozessoren. Man hat neue Möglichkeiten eben, um Windows stabiler zu nutzen und noch ein paar andere kleine Geschichten. Wen es interessiert, ich gehe mal stark davon aus, dass mir der Mike in einer der nächsten News-Episoden ein bisschen was dazu erzählen wird. Er ist nämlich ein grosser Fan der Software oder Nutzer zumindest. Ihr möchtet den Sonos Amp aber nicht 799 Währungseinheiten ausgeben? Dann könnt ihr es relativ einfach machen. Ihr müsst ins schwedische Einrichtungshaus Ikea, euch einen Ikea Symphonisk kaufen, das ist ein Regalspeaker, den auseinanderschrauben, die Platine nehmen, ein bisschen was löten, rumbasteln, den 3D-Drucker anschmeissen, das Ganze da reinbuddeln und dann habt ihr schlussendlich mehrere hundert Währungseinheiten gespart. Wie das Ganze funktioniert, Wir haben euch in den Shownotes auf daily.geektalk.ch oder im Podcatcher eures Vertrauens ein Anleitungsvideo dazu reingepostet. Finde ich spannend. Ich wüsste jetzt nicht, warum ich einen Sonos Amp haben möchte, aber ansonsten würde ich das sofort basteln. Und ich bin mal gespannt, wie schnell das die ganzen Sonos-Dinger in der Ikea in nächster Zeit ausverkauft sein werden, wenn da der eine oder die andere ein bisschen was basteln will oder tut oder wie auch immer. Weiter geht es mit Sennheiser. Da ist ja schon vor ein paar Wochen ein bisschen was durchgesickert von Sennheiser selber. Sie haben Bilder gezeigt oder Ausschnittbilder von den neuen Sennheiser Momentum 4 Wireless-Kopfhörern. Jetzt hat man die ganzen Kopfhörer gesehen. Die ersten Testberichte sind auch schon da. Das haben die Leute vorab bekommen. Und wir haben auch schon ein Datum. Ab dem 23. August 2022 wird der Kopfhörer für 389,90 Euro, in diesem Fall Schweizer Franken, unverbindliche Preisempfehlung, im Verkauf landen. Ich bin sehr gespannt und hoffe, dass ich mir da nächstens ein Bild davon machen kann. Neuigkeiten gibt es und das überrascht den einen oder anderen zu Google Stadia. Ja, das Ding ist nicht tot, wie es immer wieder gesagt wird. Google hat den Party-Stream, also die Funktion, jetzt ausgerollt. Das heisst, wenn ihr Google Stadia Game spielt, könnt ihr Leute zu der Party einladen. Maximal 10 an der Zahl. Also es gibt eine gemütliche kleine Party und ihr könnt dann ein Spiel spielen. Ich könnte mein Stadia wieder mal anschmeissen, aber wer will mir schon beim Gamen zuschauen? Nein, lassen wir glaube ich lieber. Weiter geht's mit einem neuen Perle, mit einem neuen Film, nämlich Apple TV Plus Film, ein Film von Apple selber, ein Apple Original quasi, nicht nur quasi, sondern ist so, ein Animationsfilm, der auf den Namen Luck hört. Es ist in Zusammenarbeit mit Skydance Animation entstanden oder im Auftrag von Apple bei Skydance Animation gemacht worden. Und ich habe mir den schon mit meinen Mädels angeschaut und der ist so süss, der ist so toll, die Geschichte, die dahinter steht. Es gibt Glück, es gibt Pech. Beides ist Dinge. Das eine möchte man, das andere ein bisschen weniger. Aber es braucht dennoch beides. Und wenn man, wie so oft im Leben, zusammenarbeitet, aber mehr will ich nicht verraten, sonst spoilere ich zu viel. Wie gesagt, wenn ihr Kinder habt, aber auch wenn nicht, schaut euch das an. Ich finde das ein sehr, sehr toller Film und einer der Gründe, weshalb ich Apple TV Plus so sehr mag. Weiter geht es mit Netflix oder besser gesagt mit Muse. Heisst die Muse? Eine Plattform, wo man nicht ganz so legal, also anders gesagt, sehr illegal, Filme runterladen kann. Der Muso, so heisst die Plattform, Chef Andy Chatterley, der hat auf dem Forbes-Blog einen Gasbeitrag geschrieben, dass die illegale oder die Piratenartige Beschaffen von Filmen und Serien deutlich zugenommen hat in den letzten Jahren. Er weiss auch, weshalb. Wir wissen sie auch. Ja, die ganzen Streaming-Dienste. Früher hatten wir Netflix und es war alles gut. Man hat bezahlt und die Leute haben sich nicht mehr um dieses illegale Downloaden kümmern müssen, weil man alles hatte. Und dann hat sich das verzettelt. Die ganzen Filmrechte gingen an Disney zurück und so weiter und so fort. Noch andere Player sind aufgetaucht. In den USA gibt es ja noch viel mehr Player und die kommen langsam aber sicher auch zu uns in die Schweiz, Deutschland und Österreich. Und es wird noch viel schlimmer. Nicht, dass es immer mehr Dienste gibt, für die man teures Geld hinlegen muss, sondern dass die auch ständig teurer werden. Logisch, weil die puttern da viel Geld rein für eigenen Content und für Exklusivität und für Werbung. Etc. Das kann nicht aufgehen und deshalb denke ich, dass die Piraterie sicherlich in nächster Zeit noch weiter zunehmen wird. Und zu guter Letzt habe ich euch noch einen Passwort-Manager-Hinweis. Wer OnePassword nutzt, OnePassword 7 und wie ich da Geld reinschmeisse jeden Monat, um auch das Ganze im Abo zu haben, der kann jetzt upgraden auf die Version 8. Mein Tipp, wenn ihr das nicht tut, also wenn ihr immer noch mit diesem einmaligen Bezahlen da gelandet seid und kein Abo nutzt, dann könnt ihr nicht updaten, denn ab der Version 8 geht nur noch mit Abo, also da gibt es das andere gar nicht mehr. Wie gesagt, die Abonnenten dürfen gerne hochgehen auf die neue Version, die anderen dürfen bei der 7er bleiben, auch die wird weiter entwickelt, aber eben die neuen Funktionen, die neuen Geschichten, die gibt es dann nur noch für monatlich oder jährlich bezahlende Kunden. Ich freue mich schon drauf. Ein wichtiger Hinweis ist, das Update passiert nicht automatisch, dass da eben niemand in ein Abo gezwungen wird. Ihr müsst aktiv vorgehen, das heisst in den Play Store, in den App Store etc. gehen und euch die OnePassword 8 Version runterladen und dann den ganzen Vorgang durchmachen, dass ihr eben davon profitieren könnt. Und dann ist die mobile Version für iOS und für Android endlich auf der gleichen Basis, auch funktionell, mit der auf dem Desktop und der auf dem, also Windows und Mac, beide Seiten im Desktop, meine ich natürlich. Für mich, oder für all diejenigen, die den Schritt machen, mein Tipp geht gleich zu dem Watchover. Ich habe es nicht gerade im Kopf, wie es auf Deutsch heisst. Das seht ihr, welche Passwörter ihr schlecht gewählt habt und passt da mal ein bisschen an. Generell Passwörter ändern ist ja nie verkehrt. Definitiv nicht. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, bald schon wieder an dieser Stelle. Bis dann. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.